Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Ja, jetzt läuft wieder alles durch. Ich kann nichts Neues erzählen. Die Baumaterialien laufen durch. Ich denke mal, vielleicht werden wir morgen mal ein bisschen was sammeln. Äh, sammeln. Jetzt habe ich tausend mal angeguckt und gesagt sammeln. Äh, bauen. Heute nochmal eine Quest. Und ich habe uns die Schatzkarte mal mitgenommen. Aber jetzt machen wir uns erstmal ein schönes Frühstück. Den Eintopf, den wir beim letzten Mal gefunden haben. Und dann würde ich sagen, ziehen wir schnell zum Händler los. Schauen, was der im Angebot hat. Und danach auf dem Rückweg können wir vielleicht noch die Schatzkarte machen. Da war ja auch immer sehr viel Knete drin. Sodass wir vielleicht, äh, dadurch den Geschützturm oder sowas kaufen könnten. Mal gucken. Bin da sehr gespannt, was wir da rauskriegen. Den Rest habe ich noch mitgenommen, was wir verkaufen können. Und dann gucken wir mal, was der Gute heute für ein Angebot hat. Bezüglich Quests. Der Gute Jungen. Juh, Juh, Juh. Gib mir eine Quest im Nu. Ich weiß, der war schlecht. Jaja, du stehst schon wieder. Oh, ganz schön weit weg. Checkpoint One. Oder Fort Copper. Lass uns zum Checkpoint. Und wir lesen die hier auch mal. Gucken wir doch mal, wo die ist. Hier ist die Schatzkarte. Ähm, wo sind meine Quests? Okay. Uh, ist die im normalen Bio? Ja, machen wir auf dem Rückblick die Schatzkarte. Jetzt erstmal auf zur Quest. Und ja, die Dartfallen würde ich auf jeden Fall ganz gern kaufen wollen. Das wäre mein Ziel. Da muss ich die nicht selber craften. Da muss ich natürlich Munition dafür basteln. Die sollen quasi beim Ausdünnen helfen. Ich fand die eigentlich immer ganz cool. Weil die ich die relativ stark fand, so an sich. Aber müssen wir mal gucken. Überlegen, ob wir auch einen Punkt in Henker reinpacken. Für die Fallen. Einfach weil die Fallen dann, glaube ich, billiger werden. Ich glaube, Henker müsste es gewesen sein. Und ob wir auch dadurch mehr EP bekommen. Weil bisher kriegst du so eine Hordennacht nicht mehr ganz so viel, finde ich. Wenn du alles durch Fallen töten lässt. Aber müssen wir mal gucken. Jetzt heute erstmal die Quests. Und morgen werden wir mal bauen. Ich denke, dann haben wir genug Blöcke zusammen. Ich glaube, ich hatte jetzt so über 200 angestellt. Dass wir das grobe Gerüst bauen können. Dann fehlen natürlich noch Fallen. Und eventuell wahrscheinlich muss ich das mit dem Motor und der Verkablung noch machen. Und ich muss meinen Reparatur wegbauen. Ganz, ganz wichtig. Das Ding brauche ich. Also man hat es ja letztes Mal gesehen. Klar, wenn was hoch geht, keine Chance. Aber wenn noch was da ist, was ich reparieren kann mit ein bisschen Stahl, würde ich das sogar bevorzugen. Das finde ich auch immer... Eigentlich ist das eine ganz geile Starterbase, finde ich. Es sieht so richtig cool aus. Wie bei Walking Dead oder was auch immer. Die ganzen Zombie-Serien, Filme, die man halt auch kennt. Das passt ja ziemlich cool ins Bild. Aber aus dem Start sind wir ja raus. Wir sind ja schon eine ganze Ecke weiter inzwischen. Wir haben ja ein ziemlich hohes Spielstadium schon gekriegt. Das ist im Grün. Das könnte doch dann wieder etwas einfacher werden. Wobei der Loot da natürlich nicht so gut ist. Aber hey. Nehme ich trotzdem. Und ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht. Bin mir gar nicht sicher, ob es so mit der Brücke zusammenhängt. Was ist hier unser Spielstadium? 86 nur. 86. Wow. Aber hier sind eine Menge Autos, ne? Oh, die sollte ich mitnehmen. Die sollte ich mitnehmen. Dann bauen wir die noch ab. Die müssten ja gleich wahrscheinlich wieder aufbauen. Weil Öl brauchen wir. Wir brauchen noch ein paar Klingenfallen. Oh, ich muss die Darts auch noch anstellen. Denn Darts müssen wir auch noch generell machen. Und ich brauche generell diese Stahlwerkzeugteile. Die muss ich auch kaufen. Ich kann nämlich die 6er Stahlspitzhacke machen. Mit der ich wahrscheinlich alles one-hitter. Und wir brauchen hier das Ding zum Abbauen, was vielleicht besser ist. Aber ich glaube, da können wir nur den normalen bisher machen. Oh. Big hitters. Oh. Jubilubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidu. Wir bauen hier alles ab. Wir haben noch nie einen Polizeiräuber erknackt, ne? ich glaube das kann so niedrig man ja bleibt locker mäuschen ich bin gleich bei dir warte wird warte bin gleich fertig jetzt bin ich bei dir der sprungkünste notfall kommt was auf uns zugelaufen kommt das polizeiauto dann auch wieder wenn wir die quest gleich starten hier haben wir gerade richtig viel material rausgekriegt die wichtig sind haben schon haben schon zeigt mir was du kannst du dich zeig es mir knapp jung wir setzen uns hin ganz in ruhe wenn es das auto knacken geht doch das braucht ganz schön lang zu looten okay dann müsste es eigentlich auch noch abbauen können gut dann noch einmal ausklachen und die quest starten weil länger beschäftigt als mit der quest an sich könnte neue schmiede muss ich glaube ich auch noch aufstellen ist denn hier los mit euch leute so jetzt aber warum ist die quest durch oder und da die autos wo die autos kommen nicht wieder okay hallo der papi ist zu hause so was haben wir hier schönes einmal bisschen medicin sehr gut nehmen wir und hier steht auch noch autos drin hey ein säckchen das können wir gleich schreddern die einsatz schreddern wir gleich das brauchen wir nicht verkaufen lohnt sich ganz ehrlich auch nicht haben wir mal direkt einen vergleich so nahm zu einer schnee vierer klassen wüsste ich habe auch eine da sind ein paar okay einer der erste in der vier ja das ist natürlich dann heute mal ein bisschen gechillt aber ist auch mal ganz nett ich meine das sind halt auch punkte für unsere vierer quest die wir brauchen damit wir irgendwann bei den fünf ankommen wahrscheinlich noch nicht zur nächsten horde aber kommst du denn her habe ich dir übersehen es tut mir leid ich weiß ja nicht wo es hier genau lang geht ich erlöse dich ja der lud meint in ruhe was soll es ne im klo muss natürlich auch geloten werden das gehört einfach dazu das muss sein hey hühnchen hi gib mir dein fleisch müll durchsuchen hier sind noch eine menge autos also die müssen wir noch gleich weg machen ist hier gerade eh eine relativ simple quest nehmen wir das einfach mal mit diesmal warte doch kurz hier ist doch schon der entblut einer der rent aber gesäubert haben wir noch nicht wir lassen uns erst säubern bitte natürlich also okay muss ich sagen ist ja kein vergleich zu dem was wir sonst machen also überhaupt nicht akzeptieren wir mal nehmen das so hin ist ja auch mal okay zwischendurch mal etwas gelassener zu machen und jetzt in ruhe noch mal die autos dann haben wir noch mal gut material zusammen also eigentlich ist das eine win-win situation gleich noch schön die schatzkarte da wird immer richtig schön reingejobbt geschobbt geschobbt das auto da hinten noch und dann können wir den entblut machen komm her kannst du was zu trinken haben schubidubidu ja sehr sehr cool okay nächste vier abgeschlossen wie weit sind wir 72 was gibt so eine plus vier punkte sind wir bei 76 fehlt noch ein bisschen was sechs fest müsste sein ja sechs vierer questen sind wir schon bei dem fünfer und dann kommen natürlich noch die sechser wie war das denn über befallen oder wie heißen die sechser gefallen sechser quest also es ist ja noch ein bisschen was vor uns gut wir hatten natürlich einmal reset ne gehört dazu wo wollen wir gleich noch leben mitnehmen weil ich mache waschen hier sind meine pure leben weil wir müssen die stahl machen so militärware noch eine schatzkarte vielleicht machen wir beide schatzkarten ja lass uns lieber die schatzkarte machen da habe ich mir Bock zu oh meine erste pistole die ich finde glaube ich bin das schon nicht mehr so sicher aber sind ja noch super voll antibiotika freigeschaltet kann man den spaß auch selber herstellen und wir finden antibiotika sind wir natürlich wieder richtig schön voll das weg das weg kaffee würde ich jetzt mal behalten weil wir müssen auch was herstellen das kann weg das kann weg dann gibt mir mal den endloot bitte dann bewegen wir uns doch wirklich erst mal zur grabungsquest vielleicht können wir die zweite sogar noch hinten dran ein paar schatzkarten machen das ist ja auch ganz cool da müsste man gut kohle haben dann können wir schön was kaufen und ich kann mich dann aber wir können uns dann am nächsten tag da hat sich auch gelohnt um die Hordenbase schon mal kümmern dass wir da einen Schritt vorankommen und nicht wirklich am letzten tag wieder rumkrebsen müssen und dann Probleme kriegen so die mal bitte 1,5 Kilometer hä wieso wird die mir nicht angezeigt wieso hier wird das jetzt hier wird mir gar nicht angezeigt na gut fahren wir so hin wir werden sie schon finden wieder ein bisschen buddeln eigentlich war da in der Vergangenheit immer super viel Kohle drin sie haben es ja jetzt alles ja mal ein bisschen geändert ein bisschen balanced von daher müssen wir mal gucken ah da sehe ich sie doch schon jetzt wird es leicht angezeigt 1,2 Kilometer schön durch den Schnee juckeln man freue mich wenn wir das richtige Bike haben dann bist du halt schneller du hast nochmal ein größeres Volumen da drin Mods müssen wir dann dafür auch machen die Drohne freue ich mich auch die uns dann sogar heilt Ei Bärchen na hast du schon Fressen gefunden? schub die du die du die du die du Clodes Schatz Clode Clodes wie spricht man das denn aus? Clode Clode Clodes 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 Schatz ich glaube das klingt am besten Ah guckt euch den Schneeberg da im Hintergrund an richtig cool Wow das ist eigentlich was ist das eigentlich also wir zum Händler gefahren was ist denn das für ein Mist ich bin schon gewundert ey was ist das für ein riesiges Gebäude aber das ist ja der Händler jetzt fahren wir richtig schade dass das nicht angezeigt wird am Hut hat was von einer Schatzsuche je nachdem ich glaube danach müsste noch Zeit sein dass wir noch die zweite machen sogar und dann können wir schön am Dienstag bauen also ich glaube um Fleisch muss ich mir gar keinen Kopf machen ich muss es nur getötet bekommen 400 Meter mal gucken ob das irgendwie angezeigt wird müssen wir mal schauen ein bisschen weiter links das ist meine Schatzsuche hier oh oh wir entfernen uns links von uns hinter diesem Berg wahrscheinlich ah sogar mit oh nein pinkt die auch gucken wir gleich mal ich sehe eigentlich keine Grabungsgräste an sich oh hier ist Lehm das ist gut gut dass wir kein Leben geholt haben weil wir haben ihn hier ein bisschen ich höre keine Zombies das ist ganz gut ja wir sind eigentlich fast genau da oh Stein Stock und Stein da muss der Schatz sein hilf mir dein Schatz dein Schatz dein Schatz na wo bist du denn oh Mann immer mit tausend Lehm zusammen versteckter Schatz ganz viel Kohle bitte wow das raus die haben wir jetzt auch genügend das nehmen wir raus nehmen wir das noch mit dem Baseball Schläger für die Stereoide raus und dann haben wir noch eine weitere 500 meter die auch noch da noch mal wahrscheinlich ein bisschen ausladen aber das hat sich gelohnt da kriegst du richtig viel munition auf das ist geil ein bisschen kohle natürlich schubi dubi und diesmal fahren wir richtig bayern go der will aber die leute gleich wieder loswerden das ist nicht so wie bei den anderen grabungsquests hier greifen sie sich nicht die ganze zeit an und danach zum händler schön ausladen verkaufen einkaufen geil dann können wir noch was einladen eine ganze menge kommen wir wollen graben lasst uns ja cool ein bisschen leben geholt das hat sich doch auch gelohnt dann können wir mehr stahl machen ich muss natürlich wieder eisen holen aber der spaß lohnt sich schubi du schubi du ist vielleicht für euch heute nicht so interessant also ich hoffe dass er trotzdem dabei bleibt aber also nicht so interessant von wegen ja wir werden wieder von zombies überrannt sondern wir machen es halt mal ein bisschen gemütlicher auch wenn ich gedacht habe die vierer quest an sich wäre noch im schneebiom aber ist halt faszinierend dann werden wir in dem gebiet sozusagen geblieben und die vierer gemacht dann werden wir da nur noch durch gerannt könnte ich zwei stück mindestens am tag machen weil du einfach nur noch durch rennst aber das macht dann glaube ich auch keinen spaß ich finde das hier schon ziemlich geil jetzt im schnee muss ich ja sagen hat was dann in die richtung ist ja okay 2000 leben geil 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 vielleicht mag ich davon noch ein paar bete da ist der schatz schon bete sind ja immer wichtig vielleicht soll ich da einfach noch mal zehn stück von machen vielleicht müssen wir noch mal ein land und leben rein skillen das geht wie viel wir da generell drin haben dass wir mehr samen rauskriegen um schon dankeschön wow das war viel das war mal richtig richtig viel geil so dann können wir die annehmen wie viel haben in land und leben drin wo ist das denn bei standhaftigkeit der nächste punkt braucht fünf level hier drin es wären drei level aber da bin ich jetzt gerade ein bisschen geizig zu dann würde ich die lieber noch weiter in rüstung reinpacken oder andere dinge wo die auch wichtig werden ich mag dieses anpflanzen dieses anpflanzsystem eigentlich ganz gern liebes da dementsprechend auch im spiel zu kochen und wie man sieht auch außerhalb des spiels mal gucken mal gucken mal gucken es sind ja noch einige level vor uns wir sind ja noch lange nicht am ende glaube ich obwohl die horne sich quasi so schlag fühlt aber ich will minimum bis zur letzten quest reihe durchkommen dass wir bei diesen sechser quest wie auch immer sind minimum oder der bär im vorgarten wir haben auch ein bär vor uns also das ist wirklich mein mini minimum ziel aber mal gucken ich meine wir haben ja noch nicht mal ein helikopter gehabt damit können wir uns auch noch viel viel weiter weg bewegen wir haben noch nicht mal das verbrannte biogen sind was das verbrannte das ist doch das verbrannte haben wir gesehen aber ödland noch nicht ödland heißt es oder wasteland halt jup 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 j mal durch was wir verkaufen können das muss weg und das auch das heißt das kann auch über das kann auch über dass das dass das dann ist drüben voll das hier verkaufen war das verkaufen warum das verkaufen wir intelligenz wort behalte ich erstmal einmal durchsortiert damit ich dann ein bisschen überblick habe was gibst du mir denn schönes als questbelohnung ach du ernst ist nicht also die vierer questbelohnung sind echt für die katze so das kannst du haben 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 und das 16.000 geil gut was können wir uns für 16.000 wir sollten uns auf jeden fall auf jeden fall das geschütz gönnen die dart fallen oder kostet auch 9000 den hätte ich ganz gerne der wär geil gucken wir mal wie viel wir rauskommen was und das und das und dann das über 8000 brauchen wir noch was nehmen wir die druckplatte dazu eigentlich ja schon ne eine gut das behalten war und das kann jetzt verkaufen aber versuchen wir mal auf den schlagschrauber noch zu kommen den hätte ich wirklich lieben gern 9700 motor bringt auch ne menge fast geschafft haben wir hier noch was im auto zu verkaufen im auto im motorrad eine güte ja der reifen kann auf jeden fall weg die würde ich behalten öl auch kommen der motor kann raus das kann was macht das eigentlich werden kann da müsste man nicht gerade so drauf kommen guck mal willst du das haben und das haben und den reifen kannst du auch haben so dann gib mir das gute stück bitte mal zack geile geschichte verändern verändern wow vier slots das können wir noch gut modden oh ja da krieg ich stahlteile aus hattest du euch stahlteile weil die hast du gar nicht ok ja ja bleib mal locker guck dich das schmuckstück an damit können wir sachen auf jeden fall viel viel schneller abbauen das fände ich halt geil das macht dann auch spaß coole geschichte dann laden wir jetzt aus beziehungsweise ich lade aus das muss ich euch ja nicht auch noch antun dann werde ich wieder meinen gehen wir werden noch mal alles vorbereiten so dass wir morgen eine menge bauen können je nachdem wie wir durchkommen machen wir vielleicht noch eine kleine quest schauen wir mal das ziel ist erstmal wirklich mit dem bauen weiter zu kommen dass wir da ein grobes gerüst haben verkabelung kannst du immer noch machen aber das grobe gerüst sollte aus meiner sicht entstehen gut ihr lieben dann würde ich sagen in diesem sinne sehen wir uns morgen wieder habt noch einen wunderschönen tag und äh auch wenn ich es nicht häufig sage ne abo like kommentieren ist super gern gesehen klatschen schau anschein Vielen Dank.